Dieses hier angebotene Objekt befindet sich in Hamburg. Das Objekt wurde 1972 erbaut und wird über eine Gaszentralheizung beheizt. Die Immobilie hat einen Personenaufzug. Das Objekt verfügt über elf Parkplätze. Die Ausstattung befindet sich in einem guten Zustand. Der Preis beläuft sich auf 2.550.000 Euro. Wir freuen uns, Sie näher zu informieren. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.